Crowley Alistair Edward Alexander Crowley war ein englischer Okkultist des 20. Jahrhunderts. Er gilt auch als Hermetiker. Er wurde geboren 1875 in England und er starb 1947 in Hastings, England. Er nannte sich Alistair Crowley, er war Okkultist, Kabbalist, Magier, Mystiker, Poet, Künstler, Künstlermanager und Sozialkritiker. Er wird auch als Begründer des modernen Satanismus bezeichnet. Als junger Mensch war er ein begeisterter Bergsteiger und dabei kam er an viele Orte auf der ganzen Welt. Er wurde dann Mitglied im Hermetischen Orden der Goldenen Dämmerung und leitete später einen eigenen Orden, nämlich Ordo Templi Orientis. Er begründete auch das sogenannte System Telema, als philosophisch-religiös-spirituelles System.